Ähm, die Typen sind by the way hart am hacken, oder? Ist das toll? Ja. Ähm, willst du irgendwas sagen? Wie viele Abos wollen wir auf diese Folge sehen? 20.000. Okay, Leute, 20.000 Abos für dieses Video bitte mal ein Plus. Das kann ich übrigens nachschauen, also mach das mal wirklich. Ersten hab ich, lass uns reingehen. Was denn für Homos? Keine Ahnung, was die machen, aber... Ja, der eine wollte uns von hinten kuschen auf so 3 Billion IQ Basis, aber dann hab ich ihm halt einen Headshot gegeben. So vor Billion IQ Basis. Genau. Verstehst du, was ich meine? Okay, er ist keine Ahnung, er hat einen Augenblick. Geh ein bisschen weiter zurück. Geplanted. Ob der wirklich geplanted hat? Na moin, Alter, was ist das für ein Lappen? Alter, der spielt so schlecht, dass er schon unvorhersehbare Spielzüge für jemanden, der gut spielt, macht. Blöd kann man denn sein, ey? Er pusht einfach, obwohl er geplanted hat. Was ist das für ein Vollforsten? Paul, wir haben doch festgestellt schon, dass die am Hacken sind, oder? Ja moin, ne? Ich hab den krass angehettet, rechts. Der Tüte ist fast dauernd. Das Problem bei der Galil ist immer... Keine Waffe ist immer noch besser als eine Galil. Ein Toastbrötchen. Toastbrötchen ist ja keine Waffe, damit ist sie besser. Aber eine Mayonnaise-Sentwurst, die könnte ich schon damit aufnehmen. Und wo? Ah, ja. Ja, genau darauf hätte ich halt nochmal hinaus. Ah, voll idiot. Das ist am Anfang geworden. Wie kann man so behindert sein? Fuck, ich bin rausgetappt. I love life. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist durchaus, aber nicht so. Die Frische. Bei Heckab extrem schlechter. Aha. Nachher immer Angriff ist die beste Verteidigung. Er ist hier oben auf der Treppe. Das ist wie ein Frischkäse-Toast. Was habt ihr dir denn mal angeguckt? Was soll der denn sonst sein? Fischsuppe? Ja gut, das kann tatsächlich natürlich auch sein. Das ist wie ein Molotow. Das ist wie ein Molotow. Ich bin lautmesser bei meinem Molotow. Ah! Ja! Das war, glaube ich, die beste HAE meines Lebens. Okay, der Typ hat einen Wallhack. Fuck it. Einer ist durch... Ich glaube, der andere ist. Ah, da geradeaus irgendwo. Der ist sehr gut. Das war ein Headshot, aber egal. Der untere hat über 1200 oder 1500 Stunden sogar oder sowas. Fühlt trotzdem wie ein Silver 3. Er spielt wie Holz 2. Holz 2. Oder wie unter ist die Schublade, ne? 303 Kills. Ey, ich habe gefühlt seit 202 Jahren 303 Kills. Oh lol, der ist im Keller, der eine. Ja, und der andere hat mir einen Headshot gegeben. Der ist hinter dir, der geht lang, auf einen langen Peak. Sehr schön. Was ist das? Siehst du, jetzt hast du 304 Kills. Das ist immer noch so creepy, wie du Angles up-aimst. Einfach weil du halt so 780 Grad Blick hast. Warte, sag mal links den auf... Ah ja, du hast ihn gerade gesehen. Sehr schön. Loil. Ah, eins Herz. Oh, schade. Das ist der mich nicht gesehen hat, der Mega-Homo. Ich habe wahrscheinlich einfach kein 780 Grad-Display. Und, oder er ist schwul. Ich habe Musik an und ich höre die nicht mehr. Oh lol. Das ist dumm. Egal. Ich wollte ihn jetzt eben. Ah ok, das war halt echt blöd. Aber ich dachte, er geht irgendwie rechts beim Steinlamm oder so. Willst du ein Ava haben? Ja. Willst du ein Ava haben? Ja. Vollidiot. Die sind schon drin. Die sind schon drin. Die sind schon drin. Äh, sowas mit Binder. Kann man nur so scheiße sagen. Oh, ich habe ihn gesehen. Ah, alles klar. Digga, der hat fast schon nicht an. Ja, moin. Die sind dumme Anhaben, ne? Digga, die Typen haben mich gefühlt. Ich habe gestern die Smokies geholt als normal. Komm, wir machen jetzt mal etwas anderes Tempel hier rein. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Yo. Wow. Sehr schön. Weil ein ganz kurster Typ schreibt, dass er auf einem, auf einem Rechner mit einem Intel Celeron Dual Core J3355 spielt. Ah ok. Was machen wir? Ich würde sagen, äh, du machst ihn einfach Anregen ins Feuer. Ah, wir haben Schneewittchen. Dann, äh, schmeißt du einfach Schneewittchen ins Feuer. Aber wir können Schneewittchen auch nicht ins Feuer schmeißen. Ja, dann, äh, habt ein Problem. So viel zum Tactical Time Out. Vera. Ja! Jaaaah! Wie viele andere sind unter dir? Also im Keller wäre es bestimmt. Vera. Eigentlich werde ich die Runde nicht nehmen, aber für diesen letzten Shot. Wie viele Abos wollen wir bis zu deinem 18. Geburtstag auf meinem Kanal sehen? 44.000. Alles klar. Wie viele Likes wollen wir auf dem Video sehen? 44.000. Ja, packt meine Kommentare auch nicht voll. Alles klar. So Leute. Ähm, 44.000 Likes. Ähm, wie viele Likes, wenn es dir nicht gefallen hat? 5. Okay Leute. 5 Likes, wenn euch nicht gefallen hat. 44.000, wenn es euch gefallen hat. 54.000 Abos bis zu Pauls 18. Oh. Ähm, und haut die Kommentare faul. Ich bin deutsch. Ja, ich bin auch retarded. Bis dahin. Ciao. Ciao.